Der Planung eines Stalles. Hier wurde der neue Ferkelstall mit sechs Abteilen an einen vorhandenen Maststall angebaut. Links sehen wir den neuen Ferkelstall, rechts den alten Maststall. Wegen der geringeren Belegdichte und der Wärmeversorgung für alle Tiere wurde natürlich eine Wärmerückgewinnung mit eingeplant. Wärme der Masttiere mit zu nutzen wurde die Abluft komplett an den Maststall mit angebunden und der Wärmetauscher im alten Maststall montiert. Mittels wetterfester GFK-Kanäle über Dach und PVC-kaschierten Kanälen unter Dach wurde die Abluft aus dem Neubauferkelstall in den vorhandenen Maststall geleitet und dann auch zum Wärmetauscher geführt. Neben dem gesamten Lüftungssystem haben wir hier auch die Klapptüren mit Pendelöffnung entwickelt, die wir erstmalig auf diesem Betrieb eingebaut haben. Aber die Klappe hätte etwas, das sehe ich jetzt auch, die hätten etwas höher können, ja? Die Klappe höher, ja, ich meine, das müsste man noch mal gucken, wo man das nicht nur macht. Siehst du das? Ja, die könnten etwas höher, das stimmt. Aber wie schnell die da raus und reingehen, das ist schon erstaunlich. Ruckzuck haben die das raus. Wie viel länger bleiben die denn hier noch? Diese hier, die sind jetzt, dass sie kurz vor dem Maststall sind. Ja, das passt noch. Das klappt wirklich, das muss ich sagen, das sieht wirklich interessant aus. Schick. Sieht echt gut aus. Ja, ich muss hinten. Es soll noch so eine 2 Meter Abschlussklappe in der Kunststoffbrette. Ja. Am Ende. Und... Ja, das wäre besser, weil das siehst du auch. Ja, jetzt laufen sie alle raus, ja. Oh, jetzt haben sie mich gesehen, jetzt gibt es Gedränge an der Außenklappe. Jetzt gibt es Gedränge an der Außenklappe. Na, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Und wieder ein System, wo mit modernster HDT-Technik im Wärmetauscherbetrieb über Gleichdruck sicher dafür gesorgt wird, dass der Stahlklieber in allen Bereichen optimal passt. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist auch gut.